Wiener Schnitzel! Ah, ich möchte ein Wiener Schnitzel! Genau in diesem Delirium, meine Lieben, haben wir von Binau Dschungelroyal Sophia Wollersheim vorgefunden. Der geht's nämlich im Dschungel momentan gar nicht mehr gut. Und zwei dieser Damen, nämlich wieder Sophia und Helena Fürst, haben sich als Dschungelsurferinnen auf dem Board derart polpatschig angestellt, dass wir mehr an Kröten dachten. Aber keine von diesen Fröschen wurde zu einer Prinzessin. Vielmehr musste eine gehen, und zwar hat sich Fürst den Schuss. Wer noch da ist, das ist Menderes und der hat sich wacker als Dschungelhausmann geschlagen, während sich Legat sehr bequem gemacht hat und den Macho gespielt hat. Ja, mach mal schon die Hausarbeit, Menderes. Also, es bleibt spannend, wer gewinnt den Dschungel? Wird es Legat sein, Menderes oder Sophia Wollersheim? Und wir sind morgen wieder dabei. Dein Prinz Mario Max zu Schaumburg-Leppe und Binau Dschungelroyal. Tschüss!